Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Ich sehe ein bisschen schuppig aus, oder? Ja, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation und ich spiele wieder mein Euro-Track-Simulator. Heute das erste Spiel, heute am 01.03.2020. Ich spiele wieder mit Peter und möchte da fortsetzen, wo ich gestern aufgehört habe. Gestern endete der Tag in einer Katastrophe. Gestern bin ich also festgefahren, habe mich festgefahren und da muss ich jetzt sehen, dass ich jetzt da ja weiterkomme. Ich drücke mal gleich hier hin. Ich habe jetzt also mehrere Optionen. Ich bin auf der Werkstatt. Ich hätte mich abstreppen lassen. Ich mache das Bild weg. Also da bin ich jetzt vor der Werkstatt und ja, ich muss mich erst mal hier orientieren. Der Schaden ist also noch weiterhin da. Der sollte hier repariert werden. Deswegen habe ich mich hier abstreppen lassen. Macht aber nicht. Ich muss nach Helsingburg und bin jetzt auf der verkehrten Spur. Ich bin jetzt in Hannover. Ich habe Geld für Helsingburg 1 rausbekommen. Aber das Geld ist ja vielleicht schon nicht so wichtig. Also ich muss jetzt erstmal sehen, Schritt 1 den LKW reparieren. Und zu diesem Zweck fahre ich jetzt erstmal hier vorne hin. Da muss ich mal sehen, dass ich hier eine Werkstatt finde, wo ich das reparieren lassen kann. Okay. Leute, das geht. Ich mache den mal an, wenn der angeht. Da müssen wir mal sehen, dass wir vielleicht der Bremse hinflogen. Okay. Und jetzt fahre ich mal da auf den grünen Punkt da. Da ist ein Fahrradzeichen. Das ist ein Fahrradzeichen. Da muss ich vielleicht mal hinfahren. Damit er mir sagt, dass ich da tun soll oder so. Was er tun soll. Okay. Dann zurückziehen bitte. So. Und jetzt haben wir das. Der LKW hat geschlossen. Ja, das hatte ich auch. Und warte. Bin ich beim LKW hinter? Bei Scan, ja. Ich möchte aber in eine Werkstatt. Ich muss in eine Werkstatt. Also, machen wir mal das hier. Stoppen wir das mal. Dann gehe ich jetzt mal hier auf die Karte. Ich muss jetzt mal Hannover suchen. Ruhe gehen, Hannover. Da bin ich jetzt mal hier auf die Karte. Da muss ich jetzt mal näher anschauen. Dann muss ich ja noch weiter. Da bin ich in einer Weise. Da muss ich jetzt mal näher anschauen. Dann muss ich ja noch weiter. Ich brauche eine Werkstatt. Wo ist eine Werkstatt? Das sind Tankstellen. Aber keine Werkstatt. Wie finde ich eine Werkstatt? Moment. Was bedeutet denn diese Zeichen eben? 1, 2. Was heißt? Da habe ich jetzt so eine 1 mit dem... Da habe ich dann ausgeschaltet habe ich da. Bei Stuttgart habe ich glaube ich auch noch so ein Zeichen, ne? Ja, okay. Ja, okay. Wie finde ich jetzt Hannover? Da gehen wir also. Wie finde ich jetzt hier eine Werkstatt? Ja, jetzt keine Werkstatt. Wie sieht überhaupt eine Werkstatt aus? Was ist das? Das sind eine Tankstelle, ne? Das sind zwei Tankstellen. Und was ist das? Da bin ich jetzt irgendwie. Das könnte eine Werkstatt sein. Das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Und wie finde ich jetzt eine Werkstatt? Also haben wir hier irgendwo weggeschritten? Ich sehe keine. Ich sehe keine. Ich sehe keine. In Hannover. Da auch nicht. Da haben wir zwei Stück. In Kessel nicht. Wo ist die Werkstatt? Wo ist die Werkstatt? Frankfurt am Main. Da haben wir Mannheim. Da ist auch wie so ein Abschöpfdienst im Mannheim. Was sind das hier für ein Ding? Ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht genau. Als wenn ich einmal durchschritte, dann macht er mir hier gleich seine. Dann� orientiert er mir hierher bin. Der mit dem wird den ... ja wie geht es weiter wie finde ich eine werkstatt und zu setzen ja bitte und jetzt geht es wohin, um ein 2.0.2.2 gesetzt und es geht wohin, und dann sehen sie genau, irgendwie, da ist ein Händchen oder den selber, was haben wir da, was ist das für ein Ding da, sind die Werkstatt oder, ich weiß nicht genau, okay, also, was ist das jetzt, jetzt habe ich den hier auf, den weg mal, ja jetzt geht es dahin wohin, da wollte ich schon die ganze Zeit hin, aber irgendwie, hat er das nicht gemacht, wie finde ich eine Werkstatt, kann ich mit dem kaputten, ich kann wieder noch hinfahren oder, ja wo stehe ich jetzt überhaupt, ja ich bin noch irritiert, also ich muss jetzt mal, was mache ich jetzt, Falt fortsetzen, ich möchte die Falt abbrechen, Falt abbrechen, Auftrags-Ernend, jetzt machen wir Weltkarte, wo bin ich denn, bin ich jetzt, von Enzing und Enze, da muss ich ein Geschenk fahren, genau, da habe ich aufgehört, die Tour muss ich machen, 6700, was fahren wir da, junge Setzlinge, ist okay, den fahren wir, den nehme ich an, also den aktuellen Auftraglieferung nicht fortsetzen, abbrechen, muss ich 12.000 bezahlen, ist egal, ja okay, 12.000 schlafen und jetzt den neuen Auftrag nehmen, da, den möchte ich nehmen, dann habe ich die, die 7000 schon wieder, habe ich das schon wieder halbiert, okay, nehmen wir das und den Auftrag annehmen, und ähm, also von Odense nach, äh, nach Helsingborg, vielleicht komme ich dann doch nochmal hin, ok, wie geht es jetzt hier raus, ja toll, ähm, was hat mein, mein Navi, ok, also nach links muss ich, und dann rechts, so was sie sehen, da geht es ja raus, ja, ok, haben wir, und dann nimmt man Licht, Licht, Appellenticht, Fernlicht, dann machen wir den auch an, und ähm, ja, also, auf nach Helsingborg, zweiter Versuch, ähm, wie sieht meine LKW aus, Schaden, null Schaden, gut, das ist schon mal gut, habe ich den Motor eingeschaltet, leider nicht, jetzt habe ich den eingeschaltet, und jetzt, Schaden, kein Schaden, also nach Helsingborg, und der Honig ist fort, ok, also weiter nach Helsingborg, weiter nach Helsingborg, weiter nach Helsingborg, ja, hab ich da, hab ich da, hab ich da, hab ich da, sollte ich mit Huber rauskommen, auch mit Anhänger sogar, weil, deswegen, hab ich da jetzt auch nie bekommen, 7000, ich habe mich schon gewundert, ok, jetzt also, mit so einem langen Anhänger hin, dann, äh, 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 und, ja, jetzt muss ich hier sehen, dass ich jetzt hier rumkomme, ähm, ähm, da rechts runter, und jetzt, also, fremdes Stadtgebiet, mit dem Gliederzug, das ist eine Sache, die gefällt mir nicht so gut, aber, kann man nicht ändern, Weil mit Gliederzug hatte ich schon mal ein Problem, dass man den Rieker setzen und dann fahren wir dann dann links rum, wieso leuchtet der was auf? Dann haben wir das geschafft, also langsam fahren, damit ich mich hier nicht wieder festfahre und ich bin im Verkehrsgebiet, die Kuchen ausfahre und jetzt muss ich nach rechts fahren und dann fahren wir hier so rein, schön ausholen und dann hier rein. Und trotzdem bleibe ich hängen, trotzdem bleibe ich hängen, ja toll. Ich habe hier auf der Echenseite noch Platz, aber also wieder ein Stück durch die Schiene. Und dann jetzt hier weiter ausholen, hier weiter rüber fahren. Jetzt ist der Ende um die Ecke gekommen, gut, haben wir geschafft. Haben wir geschafft. Das ist eine engere Abfahrt hier. Das ist eine engere Abfahrt hier. Ich habe auf der linken Seite noch jede Menge Platz. Ich kann das dann nach links noch oben fahren. Dann fahren wir hier rein. Ja, okay, haben wir. Und dann waren wir jetzt in den Augen. Ja, also meine Ecke, die Vatm ist falsch. Und so bin ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht nicht. Die Br épocaur ist gut. Die Bräder sind gut. Ich habe die Bräder, die Bräder sind gut. Ich habe die Bräder von den Brädern, ich habe nicht. Nein, das ist gut. Ihr habt ihr habt. Ich kenne was richtig. Ich habe die Bräder, die Bräder sind gut. Aber nicht. So fahre ich jetzt hier so, ich muss jetzt mein Gefühl bekommen wieder für das Auto hier, wo ist hier eigentlich die Mitte, also da bis dahin, da kann ich anfangen, sind den Rechten anschärfen, ja, wieder in der Burke, also jetzt war ich die Strecke, wo ich gestern abgebrochen hab, gestern bin ich hier bis zum Dänzen gekommen und dann war ich auf einmal in Hannover wieder, da hat das Navi verrückt gespielt. Wir haben einen Hafen, wir haben den 220 Kilometer am Monat, das ist gut, das ist zu schaffen, zweiter Versuch, zweite Tour, Fahrt 1 nach Helsingburg, von Nudense nach Helsingburg, Auto hoffentlich auch eine Motorschaden, das Thema Motorschadenwerkstatt habe ich noch nicht gelöst, wie finde ich eine Werkstatt? nicht weiter drüber gezogen, hier eine schöne Burke, also die Burken finde ich echt toll hier, auch in dem Spiel und äh, ja. jetzt fahre ich 60, fahre ich hier, langsam mach ich, aber ist egal, ich möchte ankommen, mit dem Zug, mit dem Wiederzug, möchte ich hier ankommen. dann geht es. egal wie lange das dauert, ich möchte mal mit dem Wiederzug rein ankommen, also ich hatte schon mal einen Gliederzug und dann bin ich an der Ecke hängen geblieben und ähm, da habe ich mich total verfranzt, oder vielleicht sogar zweimal schon einen Gliederzug. was haben wir da, tanken brauchen wir noch nicht, weiter, weiter, oder, ist jetzt hier eine Maustation, ist glaube ich eine Maustation, dann fahren wir mal da ran, die Maustation, kenne ich jetzt ja ohne Maustation, weiter, weiter, so, 234, aber hab ich, Leute, das ist aber hab ich, okay, jetzt hab ich noch 100, 70 hab ich noch, hier. Das ist eine 150. Aber ich hätte nicht einen Rennen. Ich weiß nicht, ich hätte einen Doppel hier kommen. Es ist falsch, es ist falsch. Es ist falsch. Ich kann gar nicht schief gehen hier. Ich bin in der Kopenhavn, die du zu sehen. wenn man das sein soll. Ist das in Dänemark oder ist das Erdinger? Also die zweite Fahrt in Dänemark. Und jetzt komme ich dann gleich nach Schweden. Vielleicht hoffe ich, dass es heute noch nach Späten zu kommen. Der erste Versuch Schaden zu kriegen am Motorschaden und am Navi. Das hat mich 12.000 gekostet. Besser 12.000 als dass man da ein paar Tage hat, wo man vorsichtig dann nicht fährt. Seit zwei Stunden wird es sein, da ist keine Werkstatt, da ist eine Denkstelle. Ja, wie ist das eigentlich hier mit Werkstatt? Ich fahre wieder unruhig und geradeaus. Achso, ja, also gestern habe ich entdeckt, ich kann jetzt hier auch mal, das werden wir mal machen, ich kann jetzt hier auch Audio einschalten, aber da muss ich die Kopfhörer aufsetzen. Ja, stört, machen wir nicht. Ich gehe weiter. Also, Kopfhörer hat also die Nacht, dass ich die Fahrgeräusche höre. Das nervt natürlich noch mehr. Ich kenne die Fahrgeräusche, ob wir abschalten oder weiß ich noch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich, dass das Navigationsgerät einschalten und dann zu hören, der Ton ist. Ich fahre im Moment ja so stumm. Immer geradeaus. Langsam fahren. Langsam fahren. Langsam fahren. Sitzig. Ich fahre mit Blüter zugrunde, also neunzig genug fahren. Ja, aber trotzdem. Die schönen Brücken hier wollen wir nicht gleich, also ruinieren. Also warte neunzig. Einmal bin ich schon hängig geblieben. Also aus der Einfahrt, dass das Tor ist, kam ich cooler aus, jedes Mal. Aber an der Brückenabfahrt, da bin ich hängig geblieben. Obwohl ich die Kurve schon groß hatte, aber dann war ich sowas in der Mitte. Da bin ich nicht rechts genommen. Ich hätte weiter nach rechts steuern müssen. Was dann dann wieder ein bisschen am Link hat, liegt. Dass ich da kein Gefühl mehr habe. Eine sehr schöne Aussicht hier. Wir sind über 100 Kilometer, 190 Kilometer, sind wir gleich da. Und schaffen wir dann heute auch noch. Das wäre dann die erste Tour von Dänemark nach Schweden. Ich müsste gleich wieder über die Fähre oder über den Brücken oder ich weiß nicht genau, wo wir dahin müssen. Das ist jetzt hier langsam, wenn ich jetzt durchfalle. Ich fahre die Waffe hinterher oder buchte, dass ich automatisch abbucht habe. Ja, 120. Das ist natürlich noch besser. Dann muss ich das gar nicht anhalten. Wenn der es automatisch abbucht. Die kennen mich dann schon und ähm. Ja, geht das in der Helsingberg oder nicht? Ich weiß nicht genau. Dritte Busch. Der Navi sagt gerade aus, ja. Da kann man sich darauf verlassen. Ja, also das gefällt mir hier. Sehr schön, sehr hell. Ich sag ja das. Das könnte mein Land sein. Skandinavien. Ja, Helsingberg. Ja. Wir sind auf dem Weg. Wir kommen nach Schweden. Auf nach Schweden. Und ja, haben wir da jetzt. Können wir da bei Harkofe fahren? Oder ist das eine Fähre? Oder müssen wir da irgendwo hin? Nach Helsingberg. Ich muss da jetzt mal eine Sache. Ich müsste den Kopf draufsetzen und ähm. Dann habe ich da auch direkt eine Sprechmuschel. Da kann ich dann gleich einsprechen. Kann ich zwar mit meinem Bauch machen, aber. Also so sollte das gestern auch laufen. Du hattest das erwartet. In der letzten Fahrt. Aber. Dann haben sich die Ereignisse. Was habt ihr da? Die Panne. Ich bin da reingefahren. Langsam, langsam fahren. Dann machen wir mal. Dann machen wir. Bei meinem Hiederzug. Und dann schon die Ecken nehmen und dann die ausfahren. Beim Parken näher. Warum dann einfach parken? Wie soll ich am Zeil nicht? Oder. Ich kann sie vielleicht mitnehmen. Die waschen nehmen sie nicht mehr. Ich war so unsicher. Zitterisch. Ich schätze sie nehmen. Ich fährst du da. Jetzt muss ich schon unter hier. Jetzt muss ich schon unter hier schon. Dann noch erst über die Woche. Jetzt sie wieder runter. Sie ist ja schön. Aber bitte anfangen bitte. Und dann bitte. Ich schätze sie ja, dass ich da runter komme. Ich muss sie vielleicht weiter mitzahlen. Das ist das an mir. Da liegt immer ja. Platz eigentlich genug hier. Platz eigentlich genug. Platz genug. Platz genug. Links und rechts. Okay. Also ich sage das ist ja Learning Badu. Learning Badu. Und mit dem Generator. Mit dem Lenkart. Alles in Neuland. Ich habe das ganze jetzt hier. Zwei Wochen. Und ähm. Wie sieht es jetzt mal gerade aus? Ja gut. Ich bin jetzt hier gefahren. Stopp. Hier kommt wieder so eine. Eine Hunde. Eine Hunde. Muss ja immer sehen. Jetzt muss ich hier rumfahren. Und dann hier rumfahren. Okay. Haben wir geschafft. Wir sind rum. Und jetzt geht es geradeaus weiter. Jetzt geht es geradeaus weiter. Jetzt geht es geradeaus weiter. Und jetzt müssen wir gleich beim Ziel sein. Wir haben eine Werkstatt. Wir haben hier auch reparieren lassen. Weiß ich nicht. Ich muss mal darauf achten. Ähm. Dieses Zeichen der für Reparatur ist. Und so weiter. Ja. Also. Ich hätte einen Motorschein gehabt. Da wusste ich mir also nicht weiter zu helfen. Und da habe ich mich abschleppen lassen. Und jetzt ähm. Jetzt ähm. Jetzt ähm. Jetzt ähm. Jetzt sieht man geradeaus. Wie habe ich den noch? Ein Kilometer noch. Ich habe noch ein Kilometer. Ich muss gleich da sein. Ich muss gleich da sein. Was sagt ihr? Da muss ich hin und du gehst. Wir sind gleich da. Was habe ich geladen? Weiß ich gar nicht. Ja. 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 Ziemlich weit rüber. Ja. Hier muss ich rein. Und dann fahren wir jetzt hier. ein Stopp. Okay. Haben wir. Und jetzt sehen wir wohin. Wohin. So mal mutig sein mal. Hier wollen wir mutig mal sehen was uns da erwartet. sind. Da ist doch mal drin. Ja. Schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir. Wie sieht das aus hier eigentlich schon irgendwie fest. Eigentlich schon irgendwo fest. Ich weiß nicht genau. Doch ich hänge fest irgendwie. Muss ich jetzt hier rumfahren oder. Ich bin jetzt weiter vorfahren. Okay. Ich komme nicht. Also zurückfahren. Du rieb. Ja. Wir sind weiter. Also weiter zurückfahren. Stopp. Und jetzt. Und jetzt. Ich weiß mal. So fahren jetzt mal vielleicht. Dass ich über einen kleinen Bogen fahre. So vielleicht jetzt mal. Und schon weiter reinfahren. So. Und dann vielleicht so. Jetzt mal rum. Die Hoffnung, dass ich jetzt da rumkomme. Also da haben wir nichts hier. Das war nur nichts. Das war nur nichts. Das war nur nichts. Also nochmal. Ich hänge wieder fest mit dem Jüdianzug. Was habe ich gemacht? Die Gruppe falsch genommen oder. Kann ich da hinten rumfahren? Weiß ich nicht genau. Ja. Also da habe ich viel zu tun. Da hätte ich vielleicht. Äh. Da hätte ich vielleicht. Äh. 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 Mehr aussuchen können. Oder. Ich komme nicht weiter hier. Ich komme nicht weiter. Also. So. Wieder zurück. Stopp langsam. Stopp langsam. Stopp langsam. Da ist so ein. Alter. Da sind so eine Werke. Ja. Und äh. Moment. Stopp. Stopp. Jetzt hätte ich jetzt hier rein fahren müssen. Stopp. Stopp. Jetzt nach rechts fahren. Oder nach links fahren. Vielleicht muss ich dann erstmal nach links fahren. Und dann da drehen. Und äh. Da sind Kugelbauer. Das ist sehr. Ich halte hier noch Platz. Ich könnte noch weiter nach rechts fahren. Noch weiter ausholen. Hier noch weiter ausholen. Okay. Und jetzt hier nochmal die ganzen. Wir lassen hier nochmal drücken. Und so. So. Du bist ja hochkommen. Stopp. Die Eingabe. Haben wir. Der zweite Versuch. Okay. Und jetzt. Stopp. Jetzt muss ich erstmal nach rechts fahren. Da habe ich genug Platz. Aber da nicht. Das heißt. Ich fahre jetzt erstmal nach rechts. Ein Stückchen. Und dann fahre ich nach links. Und dann hoffe ich das. Ja. Hurra. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich glaube es ja nicht. Was habe ich jetzt anders gemacht. Also. Momentum. Nur ein Stückchen. Stopp. Und der ist ja auch gleich. Ja, stopp, da sind wir drauf, haben wir geschafft, haben wir geschafft, okay, was hat der Punktestand? Also, wir kriegen also 260 Punkte für den übenden Arbeiter, ja, für übenden Arbeiter soll das eigentlich heißen, okay, für übenden Arbeiter. Erstmal beenden und dann bespreche ich das ab.